Hallo liebe Wastelander, hier ist wieder der Neo mit einem kleinen Guide und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Gefährten anpassen könnt. Also vom Aussehen her, wenn ihr irgendwas an ihnen verändern wollt und so weiter. Ich habe zum Beispiel Kate, habe ich eine andere Frisur verpasst und hier jetzt auch Piper sieht schon ein bisschen anders aus. Ich würde euch aber raten, jedes Mal bevor ihr das macht, macht bitte einen Quick Save, denn nicht bei allen Gefährten funktioniert es richtig. Ich konnte es bisher erst bei Piper, Kate und Prest probieren und Prest wurde nun plötzlich weiß, als ich es versucht habe. Das habe ich dann sein lassen, aber bei Piper hat es ganz gut funktioniert. So, ihr macht es jetzt wie folgt. Ihr öffnet die Konsole, dann klickt ihr einmal auf Piper, dann habt ihr hier die ID von ihr. Dann gebt ihr ein SLM und dann tippt ihr einfach die ID ab. Zwei F, eins F, zack. Und jetzt seht ihr schon, habt ihr unten das Menü. Als kleinen Tipp, nicht alles funktioniert vom Anfang an, sondern zum Beispiel Make-up und solche Sachen funktionieren interessanterweise immer erst, wenn man ein bisschen mit den Haaren rumgespielt hat. So, jetzt gehe ich hier auf die Haare und zack, kann ich ihr die Haare verändern, wie ich es gerade mag. Also, alles drin. Ihr seht, das kann manchmal ein bisschen rumpacken mit den Klamotten und so. Darum einfach vielleicht nicht so wild durchscrollen. Also, das funktioniert mit den Haaren, man kann die Körperform verändern, habe ich auch so ein bisschen gemacht, damit sie mehr Ausstrahlung hat. Ähm, Extras, Facepaint, ne, könnt ihr alles machen. Wenn ihr sie lieber so wollt, zum Beispiel, oder ihr könnt ihr auch die Tattoos verpassen, die ihr gesammelt habt. Und hier das Make-up. Da habe ich eben an den Augen, habe ich hier ein bisschen Make-up verpasst und sonst irgendwas. Man kann die Lippen, dann Lip Liner, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das mache ich jetzt mal noch dazu. Äh, Space anwenden. Anwenden. Zack. Und dann, äh, ganz am Ende drücken wir auf Enter für erledigt. Charakter bestätigen. Zack. Und schon hat es sich verändert. Das Ganze funktioniert im Übrigen auch für euren Charakter. Wenn ihr das aber machen wollt, ähm... Laufen wir schnell hier hoch. Das setzt ihr euch am besten irgendwo hin. Und, warum steht ihr denn jetzt auf? Dann, geht ihr auf die Kamera? Ne, TFC. Könnt ihr ja hier so ganz einfach wechseln. Und guckt einfach, dass ihr nah an euer Gesicht rankommt. Und dann gebt ihr ein. SLM Player 1. Und jetzt habt ihr das gleiche Menü für euch, wie ganz am Anfang. Und könnt ihr auch rot basteln. Frisur und so weiter. Mache ich allerdings nicht, weil, äh, äh, es gibt ja im Spiel auch die Möglichkeit. Muss man halt ein bisschen Krohkorten dafür ausgeben. Aber wie wir es machen, Phil. Viel Spaß damit. Ich bin gerade beschäftigt. Viel Spaß damit, mit dem Ruhbasteln an euren Gefährten. Ich guck mal, ob das dann bei allen klappt. So, äh, TFC wieder weg. Okay. Und das war's von mir mit diesem Guide. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ansonsten, wie immer, wir sehen uns im nächsten Video.